Biathlon, ich glaube, das ist, glaube ich, das, dass die wenigsten Menschen nur verstehen. Viele haben sich aufgeregt, die haben gesagt, bei einem Sport, wo du ein Gewehr auf dem Rücken hast, wie kannst du da Zweiter werden? Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Leute nicht verstehen, die Biathleten, die schießen ja nicht gegenseitig auf sich, sondern die schießen auf Scheiben. Das ist ja extra so gemacht, sonst wäre der Verschleiß viel zu hoch, auch schon im Nachwuchs. Das kannst du ja gar nicht.